Hey Leute, das ist ganz höher am Willkommen bei WTN Germany. Seine Verantwortung, Rose offen über Kit Haringtons Sucht Rose Leslie, 35, äußerte sich jetzt über die Alkoholsucht ihres Mannes. Die Schauspielerin und der Game of Thrones-Darsteller Kit Harington, 35, sind seit vier Jahren verheiratet. Im Februar vergangenen Jahres wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Vor einigen Monaten öffnete sich der für gewöhnlich eher privat lebende Kit erstmals über seine Drogenvergangenheit. Doch wie geht seine Frau Rose mit seiner Alkoholabhängigkeit um? In einem Interview mit Happers Bazaar betonte die Britin, dass es für Kit wichtig sei, sich als Suchtkranker zu bekennen. Ich habe viel über die Suchterkrankung gelernt und es ist etwas, dem sich Kit immer bewusst sein wird, aber es liegt an ihm, ob er sich wieder dazu entscheidet zu trinken oder nicht, gab sie aus eigener Sicht zu. Rose selbst sei sich den Grenzen ihrer Hilfeleistung bewusst, keine noch so gute Bemutterung wird ihn davon abhalten können.